Das orthorhombische Kristallsystem gehört zu den sieben Kristallsystemen in der Kristallografie. Es umfasst alle Punktgruppen mit drei senkrecht aufeinander stehenden zweizähligen Dreh- oder Drehinversionsachsen. Das orthorhombische Kristallsystem wird auch rhombisches Kristallsystem genannt. Der Begriff rhombisch darf allerdings nicht mit rhombödrisch verwechselt werden. Punktgruppen Das orthorhombische Kristallsystem umfasst die Punktgruppen und Sie bilden die orthorhombische Kristallfamilie und können mit dem orthorhombischen Gittersystem beschrieben werden. Gittersystem Das orthorhombische Gittersystem hat die Hollydrie. Im orthorhombischen Gittersystem liegen Gitterachsen in Richtung der drei senkrecht aufeinander stehenden Symmetrieachsen. Für die Länge der Gitterachsen erhält man keine weiteren Bedingungen. Somit ergibt sich, für die Festlegung, welche Achse A, B oder C ist, gibt es nur die Bedingung, dass ein rechtshändiges Koordinatensystem entstehen soll. In der Regel werden die Achsen so gewählt, dass das Hermann-Mauger-Symbol dem Standard der International Tables for Crystallography entspricht. Mit den Hermann-Mauger-Symbolen lassen sich die Raumgruppen allerdings bezüglich jeder möglichen Achsenwahl beschreiben. Da dies auch häufiger vorkommt, gibt es in den International Tables eine tabellarische Übersicht über alle Möglichkeiten, eine Raumgruppe mit einer beliebigen Achsenwahl zu beschreiben. Grundsätzlich empfiehlt es sich daher bei der Angabe der Raumgruppe, die Raumgruppennummer mitzuverwenden, da sie damit leichter zu finden ist. Brawe-Gitter Orthorhombisch-Primitives Gitter OP Orthorhombisch-Basis-zentriertes Gitter OCOA Orthorhombisch-Innen-zentriertes Gitter OI Orthorhombisch-Flächen-zentriertes Gitter OFF Im orthorhombischen Kristallsystem gibt es vier Brawe-Gitter. In der Standardaufstellung kommt das B-zentrierte Gitter nicht und das A-zentrierte Gitter nur in der Punktgruppe vor. Dies ist dadurch begründet, dass in dieser Punktgruppe das Gittersystem grundsätzlich so aufgestellt wird, dass die zweizählige Achse in Richtung der C-Gitterachse liegt. Daher gelingt es nicht in allen Fällen die Gitterachsen so zu legen, dass ausschließlich das C-zentrierte Gitter verwendet wird. Das orthorhombische Gittersystem wird mit hohe abgekürzt. Beschreibung und physikalische Eigenschaften der orthorhombischen Punktgruppen Zur Beschreibung der orthorhombischen Kristallklassen in Hermann-Mauger-Symbolik werden die Symmetrie-Operationen bezüglich drei vorgegebener Richtungen im Gittersystem angegeben. Wie im Monoklinen entsprechen die drei Blickrichtungen der A-, B- und C-Gitterachse. Da hier alle drei Gitterrichtungen Symmetrierichtungen sind, besteht allerdings auch das Hermann-Mauger-Kurzsymbol aus drei Angaben. Charakteristisch für die orthorhombischen Raumgruppen ist, dass im Hermann-Mauger-Kurzsymbol keine drei, vier oder sechs vorkommt. Bei den Angaben zu den physikalischen Eigenschaften bedeutet Minus aufgrund der Symmetrie verboten und Plus aufgrund der Symmetrie erlaubt. Über die Größenordnung des Effektes kann aufgrund der Symmetrie keine Aussage getroffen werden. Man kann aber davon ausgehen, dass dieser Effekt nie exakt verschwinden wird.